Ja, hallo, guten Abend und herzlich willkommen im Deutschen Filmmuseum. Buona sera e benvenuti a tutti. Ja, herzlich willkommen zur 23. Ausgabe von Verso Sud, dem italienischen Filmfestival in Frankfurt, das jetzt schon so lange Zeit hier immer wieder für Begeisterung sorgt. Die Community zusammenführt, eine vielfältige Auswahl aktueller Filme präsentiert. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen Gast hier haben, der auch gleichzeitig der Gast der Hommage ist, Daniele Lucchetti. Herzlich willkommen in Frankfurt. Ja, wir zeigen, wie gesagt, eine vielfältige Auswahl von italienischen Filmen. Jedes Jahr, zumeist, also alle in italienischer Originalfassung, die meisten mit deutschen Untertiteln. Manche, die wir aus dem Ausland bekommen, die oft dann in deutscher Premiere auch gezeigt werden, mit englischen Untertiteln. Ja, Sie haben auch wahrscheinlich mitbekommen, dass wir dieses Jahr eine neue Regelung haben, dass die reservierte Karten zwei Tage im Voraus abgeholt werden sollten und müssen. Das ist ein Resultat quasi der letztjährigen Erfahrungen, dass einfach viele Karten, oft über die Hälfte der Karten gar nicht abgeholt wurden. Und so ist es für alle fairer, wenn Karten, die doch nicht benötigt wurden, aber nicht abgesagt werden, dann kurzfristig in Anspruch genommen werden können. Ja, ich denke, da haben es vielleicht sogar jetzt auch schon einige Leute davon profitiert, weil es macht keinen Sinn, wenn dann Karten reserviert bleiben, die dann einfach nicht in Anspruch genommen werden. Andere Leute werden abgeschreckt im Vorfeld. Ja, ich denke, das ist eine gute Lösung, die sich bewährt. Ja, ich möchte ganz besonders darauf hinweisen, im Programm auch auf die frühen Filme von Daniele Lucchetti. Es war nämlich auch gar nicht leicht, die Filme zu bekommen, untertitelten Fassungen. Sie können am Sonntag um 17 Uhr erleben einen ganz frühen Film von ihm, Domani Akadra von Räubern, Kavalieren und harmonischen Menschen. Und am Montag Il Portaborse, Der Taschenträger, um 20.30 Uhr. Für beide Filme gibt es auch noch ausreichend Karten. Also kann ich Ihnen sehr empfehlen, das ist wirklich eine rare Gelegenheit, die Filme zu sehen. Wird sich lohnen. Sie werden ja auch, wenn Sie diesen Film jetzt wieder sehen, vielleicht Lust bekommen, weitere Filme zu sehen von Daniele Lucchetti. Ja, ich möchte darauf hinweisen, auf zwei Dinge noch. Auf den Empfang, den wir am Anschlussenden Film im Erdgeschoss haben, bei Rotwein und Weißwein. Dann könnte man sich dann noch austauschen ein bisschen über die Filme und darüber vielleicht, welche Filme man noch sehen möchte. Und es gibt eine Plakatausstellung bei uns, haben Sie vielleicht schon gesehen, im Erdgeschoss auch im Foyer, weil die Hommage sozusagen jetzt eigentlich zum 20. Mal stattfindet. Also es gab jetzt schon 20 Regisseure, Regisseurinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen, die im Laufe der Jahre bei Verso Sud als Hommage-Gast geehrt wurden. Und aus jedem Jahr haben wir da ausgewählte Plakate aus dem Archiv des Deutschen Filmmuseums aufgehängt und vorgestellt. Und das ist gleichzeitig ein Einblick auch in unsere Sammlungsbestände und ein schöner Überblick über die Historie der vergangenen Ausgaben von Verso Sud. Ja, ich möchte auch darauf hinweisen, morgen haben wir natürlich einen zweiten Gast, wie jedes Jahr, im zweiten Abend. Diesmal ist es Marco Daniele in seinem Film La Ragazza del Mondo, Die Welt der Anderen. Momentan gibt es auch noch Karten für die 21.30 Uhr Vorstellung. Also wer hat noch die Chance, das ist immer sehr begehrt, aber ein paar Garten gingen auch wieder zurück, die reserviert waren und nicht abgeholt wurden. Also auch hier hat man noch die Chance. Ja, ansonsten möchte ich bei dieser Gelegenheit mich natürlich auch bedanken bei all den Institutionen und Personen, Partnern und Förderern, ohne die das gar nicht möglich wäre, dass wir hier dieses Festival eben schon so lange bestreiten und auch immer wieder auf die Beine gestellt bekommen, weil da ja wirklich sehr viel Aufwand von verschiedener Seite drin steckt. Und da möchte ich natürlich zuallererst auch unseren Partnern und Mitveranstalter von Made Interly, vertreten hier durch Franco Montini, danken. Ja, er wird nachher auch das Gespräch nach dem Film führen mit Daniel Lucchetti. Unbedingt, also auch bitte dann nach dem Film da bleiben. Es wird sicherlich sehr interessant werden. Der Film bietet auch, ja, denke ich, sehr viel Diskussionspotenzial und sehr interessant auf jeden Fall thematisch darüber zu sprechen. Ich bin auch sehr gespannt, was Herr Lucchetti uns dazu erzählen wird. Es war sein persönlicher Wunschfilm übrigens auch, also für diesen Abend aus seinem Werk. Ja, ich begrüße auch den italienischen Generalkonsul von Frankfurt, Maurizio Canfora. Vielen Dank an Ihnen auch und an Michele Santoriello und ich freue mich, dass der Konsul auch gleich, wenn ich gleich fertig bin, ein paar Worte noch an Sie richten wird. Vielen Dank an unseren diesjährigen Premium-Partner INIT, die italienische Zentrale für Tourismus. Hier ganz besonders an Antonella Rossi und Stefano Soriano-Bangert. Ja, vielen Dank auch für diese großartige Unterstützung und Sie werden auch gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Ja, ich bedanke mich natürlich bei dem italienischen Kulturministerium in Rom, die über Made Italy uns auch sehr stark unterstützen, dem italienischen Kulturinstitut in Köln. Diesmal der neuen Direktorin Maria Matza und Birgit Otten. Maria Matza wird morgen noch da sein, sie ist heute nicht anwesend, aber sie kommt dafür morgen. Wir danken dem Kairos-Filmverleih Helge Schwieckendieck, der uns auch seit vielen Jahren unterstützt und einige der Filme bereitstellt für uns. Ulrike Stiefelmeier, die früher auch das Festival mal betreut hat und jetzt im Filmforum Höchst ist und dort einige Filme auch zeigen wird. Auch ihr vielen Dank für die gute Kooperation. Sie ist leider jetzt noch nicht da, aber es lohnt sich, wenn man hier Vorstellungen ausverkauft ist, dann auch zu gucken im Filmforum Höchst. Haben Sie vielleicht die Chance, die Filme noch nachzuholen? Auf der Homepage bei uns können Sie es lesen und auch beim Filmforum Höchst. Ja, dann dem Team der Casa de Cultura, allen voran Marie Condotta, für die tolle Unterstützung seit so vielen Jahren. Insbesondere natürlich auch dieses Jahr bei den Empfängen wieder und bei der Betreuung der Empfänge. Also vielen Dank, das war eine große Hilfe. Wir wissen es sehr zu schätzen seit der Gründung des Festivals. Dankeschön. Ja, und Marina Coronas, der Dolmetscherin, die ist auch seit vielen Jahren jetzt, ja, uns hier. Dafür sorgt das eben auch, wenn nachher dann, ja, auf Italienisches vielleicht dann weitergeht, dann auch das deutschsprachige Publikum das versteht. Ich gehöre auch dazu, die darauf angewiesen sind. Ja, und natürlich last but not least an, ja, meinen Kolleginnen und Kollegen vom Deutschen Filmmuseum, von der Kinoabteilung, ganz besonders von der Vorführabteilung. Dafür einen ganz großen Applaus für Hans-Peter Marbach, für Christian Appelt und für Michael Wesser. Ja, die manchmal, ja, etwas gewissen Stress ausgesetzt sind und manchmal geht es natürlich gerade in der Hektik zu einer Festivaleröffnung mit etwas drunter und drüber. Ja, vielen Dank für eure Geduld und für den Einsatz. Ohne euch wäre das natürlich auch nicht möglich, hier das so durchzuführen. Ja, so, nun bin ich auch am Ende angelangt, will auch gar nicht weiter, damit wir noch, wir haben ja noch zwei andere und der Regisseur will auch noch kurz für das sagen und ich will sie dann auch gar nicht filmen. Ja, und was ich aber noch, Dankeschön, Marie, da wäre ich noch nachher darauf zurückgekommen, aber es jetzt auch. Antonio Balbi wird auch jedes Jahr, er hat zwei Gemälde, quasi wieder, ist ein Künstler, der jedes Jahr den Gästen der Hommage oder überhaupt den Gästen, die anwesend sind, ein persönliches Geschenk aus seinen Kunstschaften überreicht, auch das wird nachher dann im Anschluss an das Gespräch stattfinden. Vielen Dank an Antonio Balbi. Ja, nun übergebe ich das Wort an Mauricio Confora, dem italienischen Generalkonsul von Frankfurt. Buonasera, guten Abend. Vielen Dank, Andreas, für deine Einleitung und für die tadellose Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat und allen Partnern und Fördern. Ich weiß, aus Erfahrung ist es nicht einfach, mit so vielen Leuten zu arbeiten und alles perfekt zusammenzufügen, aber ich glaube, du machst es wirklich gut. Wir sind schon, wie gesagt... Applaus Wie gesagt, wir sind schon an der 23. Auflage von Verso Sud angekommen. Dieses Filmfestival ist dann ein Erwachsener jetzt und ich glaube, es ist auch eine Art Tradition. Wir sind in der Adventzeit und Adventzeit heißt in Frankfurt nicht mehr nur Weihnachtsmarkt, aber auch Verso Sud Filmfestival. Zumindest für die Italienische Community. Sono particolarmente contento, sul piano personale, di essere nuovamente qui quest'anno, visto che l'anno scorso ho dovuto saltare questo Festival per cause di forza maggiore non particolarmente piacevoli. Applaus Vielen Dank. Ich würde natürlich auch von der Seite der Konsulat alle Leute, und alle Partner, die seit vielen, vielen Jahren, seit 23 Jahren mit uns gearbeitet haben, dass wir dieses Filmfestival in Frankfurt haben. Zuerst Franco Montini, schon erwähnt als Vertreter von Made in Italy, dem italienischen Kulturministerium, natürlich für die Gastfreundschaft und die Treue, das deutsche Filmmuseum Frankfurt, Casa di Cultura, und dieses Jahr insbesondere auch die italienische Zentrale für Tourismus. Der Film, der spielte hier im Foyer, war ein Film von der italienischen Zentrale für Tourismus. Und was ich sagen kann, nicht als Deutscher, sondern als Italiener, die aus Italien die meiste Zeit lebt, dieser Film ist wirklich sehr wirksam. Und vielen Dank dann auch für das. Und natürlich dem italienischen Kulturinstitut Köln. Die neue Leiterin, Maria Maza, wird mit uns morgen sein, und sie wird auch dann seine Eingänge in die Frankfurter Gesellschaft machen. Sozusagen, ja. Wir invito, oltre che a vedere il bellissimo Film di Daniele Lucchetti oggi, auch an approfittare della proiezione di domani, come è stato già ricordato, con un regista più giovane, Marco Danieli, che con La ragazza del mondo, Aufdeutsch, Die Welt der Anderen, ha veramente realizzato un'opera molto interessante. Grazie mille per l'attenzione e buon divertimento con Verso Sud 23. und tredesima edizione. Nun bitte ich Antonella Rossi von Enet, der Italienischen Zentrale für Tourismus, unserem diesjährigen Premium Partner. Ja, nach vorne. Buonasera, benvenuti, bentrovati. Un benvenuto particolare a Daniele Lucchetti a Franco Montini. Non faccio altri ringraziamenti e saluti per non dilungarmi. Aber möchte gerne einfach Sie im Namen auch des unserer Generaldirektors Giovanni Bastianelli begrüssen, die sehr leidenschaftlich diese Initiative unterstützt hat. Danke General Consul und danke Herr Beilharz für die Einführung, aber auch für die sehr schönen Worte. Ja, die Italienische Zentrale für Tourismus ist sehr stolz, Premium Partner diese jährige Ausgabe des Festivals Verso Sud zu sein. Und natürlich, ja wissen alle, die Begeisterung für einen Film kann wirklich Anreiz für eine Reise geben. Italien bekanntlich ist die Heimat von großen Regisseuren und von atemberaubenden Rehle Filmkulissen. Eine Tour durch Italien durch den Stiefel bietet die Möglichkeit, eine Entdeckungsreise zu vielen Drehorten zu machen und dabei seinen ganz persönlichen Film zu erleben. ENIT, die Italienische Zentrale für Tourismus, fördert den Kinostourismus als wichtiger Bestandteil des Kulturtourismus. In diesem Jahr waren wir im November auch Premium Partner bei Italien Film Festival in Berlin. Und Italien bietet als Filmset eine wunderbare Gelegenheit, die Schönheit und Vielfalt unseres Landes auf der großen Leinwand zu zeigen und den Zuschauern zu fesseln. Bevor wir den Film von Daniele Lucchetti sehen, freue ich mich, Ihnen mitzuteilen, das vor, ein bisschen organisatorisch, das vor jeder Filmvorstellung ein kurzes ENIT-Video, ein Promo-Video, gezeigt wird. Es sind insgesamt drei Videos zu sehen, die thematisch vier Regionen Mittelitaliens in deren Element sozusagen präsentieren. Das Wasser, die Natur und die Kulturgeschichte. Es handelt sich um die Regionen Abruzzo, Lazio, Marke und Umbria, die nach den Erdbeben in ihren alten und neuen Schönheiten heute erstrahlen. Im Foyer können Sie während des Filmfestivals, wie Herr Generalkonsul schon erwähnt hat, eine weitere Produktion von ENIT sehen. Das Video Italian Emotions, The Director's Dream, zeigt die schönsten Filmszenen, die in Italien gedreht wurden. Und es ist ein 4,5,5 Sekunden, 4 Minuten, fast 5 Minuten Video, die wir auch auf der Berlinale und auf der Biennale präsentiert haben. Jetzt bin ich zum Ende gekommen, auf Finito, unser Roto Lunga, wünsche ich Ihnen und uns allen schöne Gespräche und natürlich einen spannenden Kinoabend. Und jetzt gebe ich das Wort zurück an Herrn Beilatz. Vielen Dank. Grazie. Ja, und jetzt bitte ich unseren Gast, Emilio Lucchetti, noch ein paar Worte einführen zu dem Film zu sprechen und ein ausführliches Gespräch wird es, wie gesagt, hinterher geben. Ich bin sehr geehrt, heute in Frankfurt zu sein, um eine Reihe von meinen Filmen zeigen zu dürfen. Ich habe keine Ahnung, ob jemand alle meine Filme sehen wird. Und wenn ja, herzlichen Dank. Er ist eingeladen zu mir nach Hause in Rom. In meinen Filmen gibt es immer etwas lustiges und etwas dramatisches. Und ich hoffe der Film, den ich heute Abend gewählt habe für Sie, ist eine gute Einführung über die Art wie ich Film mache. Wenn ich das sagen könnte mit der Stimme, was ich mit einem Film zeigen kann, dann würde ich ja keine Filme machen. Und deswegen lasse ich die Leinwand für mich riechen. Und ich bin Spaß. Vielen Dank. Ich weiss es nicht. Es ist ein Film, der mich glücklich macht. Es gibt Filme, wo du denkst, du hast wirklich alles gegeben und andere Filme, wo du denkst, es ist vielleicht nicht so alles gut geworden. Und das ist ein Film, wo ich alles gegeben habe. Und alles heißt etwas, also eine Mischung zwischen dem, was man vorhatte, dem, was wirklich tatsächlich geworden ist. Und das, was das Publikum auch findet. Also wenn das Publikum das findet, was du gerade zeigen wolltest. Und ich meinte vor zehn Jahren, als ich den Film gedreht habe, dass ich dann in den Gesichtern des Publikums gesehen hatte, was ich sehen wollte, eben was ich gezeigt habe. Der Film ist von einem Buch, Faschokomunista oder der Faschokomunist von Pennacchi. Aber du hast den Film einen Titel von einem Song gegeben, von Rino Gaetano. Warum? Aber der Titel war, in der Realität war eine schwierige Worte zu sagen. Es war auch ein unangenehmes Worte. Der Film war leichter geworden im Vergleich zum Buch. Und im Buch war diese Figur 250 Seiten lang wirklich Faschist. Und bei 250 Seiten weiter wirklich nur Kommunist. Im Film habe ich aber so einen gleitenden Übergang gemacht. Ich habe eben diesen Kampf zwischen den zwei Geschwistern gemacht. Ich habe die Schwester erfunden. Ich habe die Schwester erfunden. Die Freundin und es gab einfach eine andere Geschichte zum Buch. Und der Produzent kam dann zu mir und sagte, also Faschokomunista, das so können wir den Film nicht nennen. Er hat das Büro abgeschlossen. Und er hat mir gesagt, solange wir keinen Titel haben für den Film, wir bleiben in diesem Büro, wir kommen nicht raus. Ich musste zum Kino, es war acht Uhr. Ich habe mein iPod genommen, Sie wissen noch dieses uralte Ding. Ich habe auf Zufällig gedrückt. Und habe gedacht, der erste Titel, der gezeigt wird, das wird der Titel. Und das war Mein Bruder ist Einzelkind. Aber das hat wirklich sehr viel mit dem Film zu tun. Aber eigentlich auch gar nichts. Wenn wir von Lieder sprechen. Du hast zwei Lieder von Nada benutzt, also eine italienische Senderin. Und vor allem am Ende. Ein Ende, was total erfunden wurde. Ich glaube, man kann die 70er und 60er Jahre in Italien ohne Musik zu erzählen. Und die größte Teil der Musik einfach nicht erklären. Und die größte Teil der Lieder in dieser Epoche sind wirklich so, wie sie waren damals. Aber das sind die 60er und 70er Jahre, wie sie von heutiger Sicht aussehen. Und dann habe ich am Ende Nada gebeten, einen Song von den 70er Jahren neu zu interpretieren, eben für den Film. Deswegen ist der Song etwas komisch. Das ist ein alter Song, aber reinterpretiert. Genauso wie der Film. Der Film ist auch eine reinterpretation von diesen Jahren. Wo hast du den Film gedreht? Der Film ist ja auch eine Reise durch Italien. Wo hast du den Film gedreht? Es ist sehr wichtig für den Film zu verstehen, dass der Schriftsteller diesen Film oder die Geschichte in Latina beheimatet hat. Latina befindet sich südlich von Lohrom, so etwa 60 Kilometer davon entfernt. Und das ist eine Retortenstadt. Latina entstand durch den Faschismus. Als ich in Latina gewesen war, um zu sehen, ob man da drehen konnte, habe ich dann gesehen, dass die Latina total geändert hatte zu damals. Und da habe ich einige Recherchen durchgemacht und ich habe gesehen, dass 160 Städte in Italien in dem Faschismus entstanden sind. Und einige von diesen Städten sind total verlassen. Also habe ich Segezia gefunden. Segezia ist ein kleines Städtchen von Foggia in Apulien. Und Segezia ist Latina in den 60er Jahren. Ist aber verlassen heute. Und es war wunderbar zu drehen, denn ich habe alles gefunden, was ich brauchte. Und es gab auch nichts, es gab keine Schilder zum Beispiel. Keine Telefonkabine, nichts was modern sein konnte. Du hast eben gesagt, dass dieser Film seit die 60er und 70er Jahre in einer Reinterpretation zeigt. Wenn du den Film heute drehen würdest, würdest du etwas ändern? Ein Film ist immer das Ergebnis von Köpfen, von Seelen, die sich zusammenfinden. Elio Germano hatte 25 Jahre und jetzt hat er 35. Elio Germano ist der Hauptdarsteller. Heute müsste ich mit einem anderen Schauspieler arbeiten. Das würde den Film natürlich komplett verändern. Aber ich bin ja selbst auch ein anderer geworden. Ein Film ist ja immer eine Alchemie. Also das Ergebnis von dem, was du jetzt bist und von dem, was die Leute, die mit dir arbeiten, sind. Also das ändert sich permanent. Aber wenn du mir Geld gibst, ich drehe den Film neu, kein Problem. Also in deiner Filmografie gibt es Filme, einige davon hast du die Geschichte selber erfunden, andere hast du die Geschichte von Büchern genommen. Ändert sich dabei was in deiner Art zu arbeiten? Also ich suche immer Figuren und lebendige Geschichten. Und das macht für mich keinen großen Unterschied, diese Figuren in dem reellen Leben zu finden oder in Büchern. Wenn man mit Material von Schriftstellern arbeitet, bedeutet das, dass das Material vielleicht von diesen Schriftstellern jahrelang übergearbeitet wurde. Und vielleicht auch durchaus mit sehr tiefsinnigen Ergebnissen. Manchmal denken die Leute, der Film besteht nur aus der Geschichte. Aber die Geschichte sind die Figuren des Films, die Leute. Und die Geschichte an sich spielt eine zweitrangige Rolle. Das heißt, du kannst das Rohmaterial für viele Filme überall finden. Manchmal auch innerhalb von dir selber. Wie entsteht die Idee von einem Film? Also ich gehe davon aus, dass du manchmal Ideen hast, die du dann nicht verwirklichst und dann Ideen hast, die dann zu filmen werden. Also wo ist wirklich dieser Moment, dieser exakte Moment, wo du denkst, das ist die Idee? Das kann ich nicht so gut erklären. Manchmal kommt die Idee von einem Produzenten und die Idee kann interessant sein. Manchmal sagst du auch nein. Aber vielleicht gewinnt dann dieser Film einen Oscar. Also du hast einen Fehler gemacht. Manchmal drehst du einen Film und du weißt noch nicht mal, warum du den gedreht hast. Manchmal ist es ja auch so im Leben, du hast einen Freund, der ist total schrecklich, aber das ist dein Freund und du weißt nicht warum. Und du verteidigst ihn und das wird immer dein Freund sein. Und manchmal sitzt du an einem Tisch und du denkst, dieser Freund wird dein Freund sein für immer. Oder dein Freund sein für immer und vielleicht dann denkst du, oh Gott, den kann ich überhaupt nicht mehr ausstehen. Das gleiche passiert mit Filmen. Wie hat sich deine Arbeit verändert, seitdem du angefangen hast bis heute, wenn sie sich überhaupt verändert hat? Ich glaube, der Hauptunterschied war, dass ich mich von dem Drehen auf die Personen umkonzentriert habe. Ich dachte immer davor, Filme machen ist schön, weil du einfach Filme drehst und schneidest. Aber ich denke heute, dass Filme zu machen schön ist, weil du die Geschichte von Leuten erzählen kannst. Du kannst Leute erfinden. Und du kannst dich einfach auch überraschen lassen von dem, was deine eigenen Leute dann entscheiden. Ich mache ein Beispiel. Der Finale von diesem Film. Zum Beispiel das Ende von diesem Film. Das war ursprünglich im Drehbuch komplett anders. Der Hauptdarsteller ist wieder in den Kloster hineingegangen. Wie im Buch. Die Familie war dann ihn besuchen. Und er hat einen Reueakt gemacht. Es hat ihm leid getan, dass er einfach zu fanatisch war sein ganzes Leben lang. Er weint, er weint und er zeigte Reue. Und ich dachte, das mag ich nicht. Und das mag er auch nicht. Also habe ich den Film abgebrochen. Und ich habe gedacht, was brauchen diese Figuren, diese Leute im Film. Das Haus. Also habe ich ihnen ein Haus gefunden. Dann wusste ich aber nicht, was ich mit der Hauptfigur machen sollte. Wir waren in Ostia in diesem schönen Haus und ich habe das Meer gesehen. Dann habe ich gedacht, bringt mir bitte den jungen Mann her. Und dann haben sie mir gesagt, was musst du denn damit machen mit dem jungen Mann? Und dann habe ich gedacht, keine Ahnung, dreht einfach weiter. Ich habe ihm die Musik hören lassen. Ich habe den jungen an den Gürtel genommen. Und er kam rein und raus von dem Bild. Und das heißt, die Figuren, meine Filmfiguren, haben mir dieses Ende erzählt. Das war nichts rationales. Was war die Frage jetzt nochmal? Das war die Antwort. Das war die Antwort. Spesso, spesso, spesso. Ja, sehr oft. Also manchmal gibt es perfekte Enden zu einem Film. Also richtige Enden. Manchmal denkt man, dieses Ende war vielleicht zu ideologisch, das war ein bisschen zu künstlich. Du hast vielleicht für die Figuren selber im Film entschlossen. Das heißt, du suchst das Ende für den Film woanders. Senti, il lavoro de regista comporta molte cose. La scrittura, le riprese, la postproduzione. Ecco, für questi tre momenti, c'è qualcuno che ti piace più degli altri? Also die Arbeit der Regisseur beinhaltet, dass man das schreiben muss, dass man das drehen muss und dass man das schneiden muss. Gibt es Leute, die du dafür bevorzugst? Si, mi piace scrivere e montare. Also, gibt es Fasen, die du bevorzugst? Ja, also ich mag gerne schreiben und schneiden. Das heißt, auf dem Set leidest du? Nein, ich leide nicht auf dem Set. Aber es ist mir zu langsam. Manchmal denke ich mir, wenn ich drehe, ich muss vielleicht Gitarre spielen lernen oder sowas. Ich möchte aber eine Anekdote erzählen. Ich habe einen Barista zu Hause, also bei mir zu Hause unten. Und er hat erfahren, dass ich Regisseur bin. Und jeden Tag erzählt er mir irgendwas über das Kino. Er sagt zum Beispiel, Daniele, Giorgio Romero ist gestorben. Der hat die lebendigen Toten gedreht. Kanntest du ihn? Ich sage, nein, ich kannte ihn nicht. Er ist aus Amerika. Und er sagt, Kein Italiener? Ich nein. Ach, dann ist egal. Das ist der Barmann bei mir unten. Allerdings fragte er mich, der Regisseur, was macht er denn eigentlich für eine Arbeit? Er macht Urlaub. Er kann entscheiden, wann er Urlaub macht. Also ganz genau, was macht er denn eigentlich? Dann habe ich gesagt, du musst eine Idee bekommen, um einen Film zu drehen. Dann musst du diese Idee schreiben. Und dann, stopp. Musst du alles schreiben. Zu müde, lass es sein. Ist gut. Das ist mein Barmann. Das ist mein Barmann. Das ist meine Arbeit. Das ist meine Arbeit. Dann gibt es eine Frau Korte. Es war ein Regisseur, wie oft sind die Schrift, die in absolutedienste schreiben, und dann haben andere, die müssen, in Richtung, Bist du diesen zweiten Genere gehören? Wie ist das von der Schriftgauer? Wie wählt die Ihre stitcherinnen? Grundsätzlich aus dem Ihr Schriftgauer? reden, es gibt Regisseure, die ganz alleine schreiben, es gibt Regisseure, die mit anderen Leuten zusammenschreiben und du gehörst dazu. Wie wählst du diese Leute und wie arbeitest du mit denen zusammen? Ich habe viele Jahre lang mit den gleichen Leuten zusammengearbeitet. Und das ging immer gleich vor. Man trifft sich, man redet sehr viel. Nicht über den Film, den man machen will, sondern über den Film, den man am letzten Abend gesehen hat. Irgendwann hast du so viel gesprochen, dass du einfach so viele Ideen und Bilder im Kopf hast. Und einer von uns dreien schreibt dann irgendwas nieder. Die anderen lesen das. Man macht weiter oder man streicht alles weg. Wir machen so weiter, bis wir eine gewisse Anzahl von Seiten haben, bis wir eine Geschichte haben. Wenn wir verstanden haben, wo es hingeht, wird das Drehbuch in drei Teilen geteilt. Jeder von uns dreien übernimmt ein Teil, schreibt es nieder, lesen dann alles zusammen, die Teile passen nie zueinander, ein Personnage ist tot, in einem Moment sbagliato, eine Figur ist gestorben, der sollte nicht sterben, oder stirbt zweimal, und wir tauschen uns aus, die ganze Teile bis das Ganze uns einfach überzeugt. Wenn es dann Probleme oder Zweifel gibt, bin ich derjenige, der schreibt. Manchmal mache ich Fehler. Aber das ist das klassische System. Es ist ein bisschen Zeit, dass ich ein System geändert habe. Es ist das, dass wir noch weniger arbeiten alleine und wir schreiben zusammen. Wir improvisieren einfach die Sätze oder die Situationen, aber immer um ein Zentrum herum, das schon vorneweg festgelegt worden ist. Aber auch dieses System wird nicht immer bestätigt. Ich arbeite jetzt mit einem Schriftsteller, den habe ich nur zweimal gesehen. Wir schicken uns total lange audios auf WhatsApp. Und so entsteht der Film, auch so. Was machst du gerade? Das ist ein Film auf der Grundlage von zwei Büchern von Francesco Piccolo. Momenti von vergesslichen Glücklichkeit und Unglücke. Wie erlebst du deine Beziehung zum Publikum? Wie wichtig ist es für dich, einen Film zu machen, der großen Erfolg haben soll? Gute Frage. Als Publikumsteilnehmer habe ich immer klassische Filme geliebt. Also die Filme, die über die Jahre einfach da bleiben. Also die Idee, einen Film zu drehen, der einfach klein ist und die Zeit nicht überlebt, das tut mir weh. Und ich glaube Filme fangen an zu leben mit dem Publikum, sofort. Wenn ich also ein volles Saal sehe und ich sehe, dass die Leute glücklich sind mit dem, was sie gesehen haben, dann bin ich auch glücklich. Und das kann aber nicht immer passieren, das ist ja unmöglich. Man muss aufpassen, sich einfach nicht zu niedergeschlagen zu fühlen, wenn ein Film einfach nicht so gelungen ist. Mir gefällt es sehr, die Biografien von Regisseuren oder von Schriftstellern zu lesen. Und es ist doch klein jeder Karriere. Manchmal trifft man sich mit dem Publikum, manchmal nicht, manchmal trifft man nie das Publikum. Aber man sollte sich einfach nicht zu sehr beeinflussen lassen von der Anwesenheit oder Abwesenheit vom Publikum, denn die Filme haben da ein eigenes Leben. Aber mein Traum ist Filme zu machen, die den Leuten gefallen. Mein Traum ist einfach zu kommunizieren, das ist mir wichtig. Denn ein Film entsteht in einem Saal voller Leute. Auch wenn man heute Filme immer woanders sieht. Was ist dein Rapport, zum Beispiel, dein letzter Film? Es ist ein Film über die Geschichte von Papa Francesco. Es ist ein Film, der insbesondere in einer TV-Serie ist. Dann ist er auch in der Saison mit einer Cinematografie-Edition. Wie ist dein Rapport? Wie siehst du dich in einem Zukunft? Also dein letzter Film, zum Beispiel über den Papa Franziskus, der ist entstanden als Serie. Dann kam er auch in den Kinosälen raus. Aber ich frage mich jetzt, wie ist dein Verhältnis zu den neuen Medien? Wie siehst du deine Zukunft? Es ist klar, dass jetzt alles verändert. Natürlich, jetzt ändert sich alles. In Italien gibt es ein neues Gesetz seit einigen Tagen. Wodurch das italienische Kino auch nicht nur in den Kinosälen, sondern auch im Internet und auf diesen Plattformen erhöht, bestärkt wird. Und für uns ist es wirklich ein großer Drang, auch neue Sprachformen auszuprobieren. Es gibt ja sehr viele Erzähler in den USA oder in England, die wirklich ein großes Kino machen, schon jetzt. Ich habe es schon probiert. Ich habe schon eine erste Serie televisivistisch gemacht. In einem Moment, in dem ich ein Film gemacht habe, das nicht hatte. Aber ich wollte sofort arbeiten. Also ich habe schon eine Serie gemacht. Ich hatte einen Film davor gemacht, der nicht so viel Erfolg hatte. Und ich wollte einfach sofort weitermachen. Und deswegen habe ich das erste gute Angebot angenommen, was für mich interessant war. Und das war eben diese Serie über Papst Franziskus. Und da konnte ich einfach die Geschichte Argentiniens erzählen in der Zeit der Diktatur. Ich konnte die ganze Geschichte der Diktatur, der Desaparecidos erzählen. Und ich hatte total viele Stunden, viel mehr Stunden als in einem normalen Kinofilm. Das war für mich eine sehr wichtige Erfahrung. Das ist ein guter Film geworden, meiner Meinung nach. Und ich möchte diese Erfahrung auf jeden Fall wiederholen. Denn davor war Fernseher erzählung ohne Kino. Anzi, Zeit ohne Kino. Das heißt Zeit ohne Kino. Jetzt ist Fernseher Zeit und Kino. Das heißt, die Fernseher hat sich jetzt um eine neue Dimension erweitert, was wirklich sehr interessant ist zu erforschen. Natürlich, man guckt dann die Filme alleine an, zu Hause. Aber ich glaube, das ist das Gleiche, was ein bisschen auch mit Oper passiert. Es ist doch schöner, das in einem Theater zu sehen. Es ist doch schöner, das in einem Theater zu sehen. Aber man kann natürlich die Bohème auch zu Hause sich anhören mit dem Libretto vor der Nase. Das kann man auch machen. Ich glaube, Kino und Filme sind wirklich vor einer großen Veränderung heute. Die großen Filme werden natürlich standhalten, wie zum Beispiel Dunkirk. Oder das sind halt Filme, die über große Geschichten erzählen. Und die haben wirklich einen großen Vorteil, wenn sie dann im Kino gesehen werden. Aber die kleineren Erzählungen können vielleicht auch andere Wege gehen. Das heißt, im Kino gesehen werden oder zu Hause. Also man kann einfach Kino in verschiedenen Arten konsumieren. Und über Internet kann man zudem auch viele Sorten vom Publikum erreichen. Das heißt, die Genres, die wir heute durchgehen können, sind so viele geworden. Denn die ganze Welt ist zum Publikum geworden. Also, es ändert sich alles, und ich hoffe, zum Besten. Alles wird sich ändern und ich hoffe zum Besten. Also, wir wären fertig, aber gerne fragen. Mani alzate, la prima ist quella lagu, le porto ein Mikrofon. Signor Lucchetti, ich habe Ihren Film das erste Mal gesehen bei den Hofer Filmtagen. Und da wurde ja angekündigt von Heinz Badewitz, den Initiator, den Sie vielleicht auch kennen. Er sagte, das sei der beste italienische Film seit Jahren. Das ist etwas, was Sie wahrscheinlich sehr erfreut. Badewitz ist ja letztes Jahr gestorben. Jetzt zu meiner Frage. Es gibt ja auch einen anderen Film, einen sehr guten Film, wo der Titel nach einem Lied geändert wurde, nämlich Paper Moon von Peter Bogdanovic. Und das ging dann so weit, dass das Buch dann auch Paper Moon hieß. Jetzt mal eine Frage. Wie fand denn der Autor des Buches den Film? Denn Sie haben ja doch einiges verändert. Ich habe ja 90% vom Buch geändert. Und der Autor war sehr zornig. Denn er ist wirklich ein Faschokomunista, der Autor vom Film. Wir haben ein paar Mal zusammen gegessen. Als ich bei den Dreharbeiten war. Und er habe ihn eingeladen zum Restaurant. Und er sagte sofort, ich muss an einer Ecke sitzen, wo ich den ganzen Saal im Blick habe. Denn wenn jemand reinkommt und mich erschießen will, das muss ich sofort merken. Dann habe ich verstanden, diesen Typ da auf dem Set zu haben, das wäre ein großes Problem. Aber niemand wollte ihn erschießen. Er war aber eine sehr eigenartige und schwierige Person. Ich habe nur die zentrale Idee vom Buch übernommen. Und das ist die Hauptfigur. Und durch mich hat aber diese Figur ein neues Gesicht bekommen. In dem ganzen Buch ist die Hauptfigur ein sehr großer Mann, der sehr dumm ist. Ich habe aber einen kleinen Mann genommen, der sehr intelligent ist. Denn ich glaube, es ist viel interessanter, einen intelligenten Mann zu sehen, wie er dumme Sachen macht. Ich habe wirklich das Buch mehrfach geändert. Wie zum Beispiel das Titel der Zeit. Das Ergebnis war, der Autor wollte mich erschießen. Wir haben ihn dann hingezogen zum Kino. Wir haben uns die ganze Zeit nicht angesprochen. Und am Ende der Vorstellung sagte er mir, Der Film ist total anders. Du bist ein Arschloch. Aber das ist ein guter Film. Aber das ist, weil mein Buch gut ist. Ich rede nur Italienisch, weil ich seit einigen Monaten in Deutschland bin. Ich habe viele Bücher über den Terrorismus der Linken gelesen, als ich hier war. Also eben diese Phase, die sie gezeigt haben. Ich habe neulich etwas gelesen über die Rechte. L'autore, von dem sie hat eine Inspiration für den Film ist Pennacchi, der auch Canale Mussolini geschrieben hat. In diesem Film und dem Buch, den er geschrieben hat, sieht man ein Moment, wo Zigaretti sagt, also der Schauspieler, die Italiener sind Leute, die mit dem Gewinnernehmer zusammenhängen. Ich glaube, dass das, was sie hat, und das, was Pennacchi hat, auch in dem Buch von Mussolini, spricht ein bisschen von einer Italien, die immer sehr verabschiedet sind, sehr verabschiedet sind, auch in manierer Violente, ohne ein Rechnung von Reciproken, da viele Jahre. Das heißt, was sie gezeigt haben, und was Pennacchi gezeigt hat, das ist in Italien, was immer geteilt ist, also immer zwischen großen Unterschieden, seit Jahren, die sich nicht zusammenfinden. Und das ist, meiner Meinung nach, eine schlechte Eigenschaft von Italien. Meine Frage? Quanto, secondo lei, se è cambiato qualcosa, è cambiato oggi, o se abbiamo ancora questa realità pesante di una Contraposizione che ha passato poi varie epoche? Hat sich in der Zwischenzeit etwas geändert, falls sich überhaupt etwas geändert hat, oder sind wir immer noch in diesen zwei Fronten geteilt in Italien? Ma io senza voler entrare troppo nei dettagli della domanda, che è enorme. Also, diese Frage ist ja wirklich riesengroß. Posso dire che noi siamo il paese che non ha inventato la pasta, ma ha inventato le divisioni. Ma io potrei dire che in Italien non c'è pasta, ma in Italien c'è Kriege, cioè Fronten entstanden. Guelfi, Ghebellini, Livornesi, Pisani, also Livorno, Pisa, Guelfi, Ghebellini, Nord, Sud, Rom e Lazio. Rom e Lazio. C'è proprio... Siamo specialisti in questo senso. Però quello che mi colpisce molto è che noi in questi anni abbiamo una forte recrudescenza della destra. E prima ancora che ci sia pacificati con l'idea che la destra possa essere un'opinione come tutte le altre. E questo penso che sia un problema proprio di carattere nazionale. E in questo caso anche proprio di una tendenza internazionale. Si può fare pace quando si invocano certi danni fatti nel passato, diciamo così. Io questo non lo so, ovviamente. Perché io racconto storie, faccio questo mestiere. E poi vorrei sottolineare che questo non è un film politico, questo è un film che parla di persone che fanno politica. Io sono sempre dalla parte delle persone. Anche quando sbaglano. Ma non lo faccio vedere se sbaglano. Cerco di capire le loro ragioni. Il personaggio di Zingaretti dice delle cose sul fascismo che sono indiscutibili. E mi sono molto sforzato di scrivere sul copione battute che non fossero contestabili. Perché volevo che effettivamente il pubblico dice, mi sembra che questa persona abbia ragione. E anche quella altra abbia ragione. Abbiamo ragione tutti. Questa è la differenza tra un film che parla di persone e un film ideologico. Penso che chi fa politica possa e debba essere ideologico. Chi fa narrazione no. Un politico deve essere ideologico. Ma qualcuno del film non lo fa. Grazie. Grazie, complimenti. Ho visto che in tutto il film, seppur ci sono dei bassi e dei contralti, c'è comunque un filo conduttore. Per esempio quello che mi ha saltato all'occhio può essere il passo tra la musica classica e la musica leggera. Per esempio il passaggio di una musica classica e la musica. Beethoven e nada. Per l'altra, sinistra. Per l'altra, sinistra. Per l'altra, sinistra. Per l'altra, sinistra. Per l'altra, sinistra, magro, grasso, eccetera, eccetera. Però alla fine c'è un volto che emerge. L'italiano. Il desiderio della famiglia. La casa. Questa casa che per noi italiani è qualcosa di tanto importante. E francamente queste emozioni sono passate almeno a me in maniera fortissima. Tutto il film è improntato su questa personalità comunque dell'italiano della divisione. Però abbiamo visto comunque nel film la sintesi, la famiglia. Ma abbiamo visto il film. Il film è stato veramente... Il film è stato veramente... Grazie. Grazie. No, c'è da dire che questo fatto della famiglia in realtà è centrale nel film, ma io non mi ero reso conto facendo il film. Però è un tema centrale nella tua filmografia. Sì. Dopo questo film, io sono stato presentato il film in Israele. In sala c'era uno scrittore che io ammiro moltissimo che è Ibrahim Yoshua, non so se qui è conosciuto. Un scrittore che ha avuto molto successo anche in Italia. E lui mi ha detto, ma secondo me questo è un film che prende l'Italia perché parla della famiglia. Per voi la famiglia è centrale, come per noi è centrale la terra, come il denaro importante per gli americani. E lui mi ha detto che questo film è importante per la famiglia e per gli americani. E io ho trovato molto rivelatore questo commento sul film, come il suo. E poi ho fatto altri due di film sulla famiglia. E poi ho fatto altri due di film sulla famiglia. E di fatto mi sono trovato, dopo tre anni, una trilogia sulla famiglia che non pensavo che avrei mai fatto. D'altro, tre anni ho trovato una famiglia che avrei mai pensavo. E che ho avuto un'altro. Bene, abbiamo un'altra proiezione alle 21 e 30 di questo film. E abbiamo interrompato qui. Prego, Andreas. Grazie. 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 Grazie.